so hi fans willkommen zurück ich habe noch mal kurz wieder ein ding macht verteidigen sie die stützpunkte ich kann nicht mal die mg-bunker selber bauen weiss das ist ja irgendwie auch blöd medizinische umwandlung vielungsfuck stacheldrahtzaun stacheldrahtzaun so ist immer mal gespannt wo man da wieder ankommen könnte noch mit dingen ja ja bleibt mal da. Ich hätte nur mal Gurker Rifles holen können, aber ich glaube fast mit dem Mörser sind wir besser bedient. Da können wir noch reparieren. Da ist gegen Mörser. Oh, da. Drauf. Mörser nicht in Betrieb, die renne gerade. Gut. Vor allem weißt du, das Vierlingsflag mit 4x50 Kaliber pinnt nicht down, aber das NG ist mit 5x50 Kaliber pinnt down. An den Mörser, habt es gehört. Da. Da. Da noch eine Panzergranate drauf. Treffer. Hat sich schon. So, Infanterie wieder hier hin. Da. Hier drauf noch. Ich weiß nicht, kommt mir das irgendwie so vor oder sind jetzt die Angriffe irgendwie weniger. Auf der einen Seite, wenn du vorher schon Zeit kriegst, eine Verteidigungslinie zu bauen mit genügend Sandsäcken für deine Infanterie. Und hier waren jetzt die Punkte relativ dicht beisammen, sage ich jetzt mal, zum Verteidigen. Dass du schnell mit deinen Panzerabwehrtrupps links-rechts-Renner-Konsch. Naja. Ja, gewonnen. Zieht euch zurück. Die ziehen sich aber nicht zurück. Die bleiben genau da. Das ist schlecht. Da komme ich gar nicht durch jetzt. Das heißt, da muss ich gleich den zweiten Angriff starten. Wie kann in einem einzigen Ding so viel schief gehen, Alter? Eigentlich müsste ich da gerade euch schicken, gell? Einmal hier rüber. Ich hätte natürlich direkt hier durchlaufen können, aber dann bin ich natürlich hier auf der Straße. Und da kriegen mich die dann wieder. SAS-Gruppe braucht Hilfe noch vier Runden. So, jetzt komme ich gar nicht da hin. Jetzt muss ich nämlich zuerst hier. So, die haben jetzt fünf Fähigkeiten. Dann können wir noch hier den Mörsertrupp freischalten. Ah, und die Fußgarde-Sektion. Ja, die hätten wir vielleicht zuerst machen. Das ist so egal, gell? Macht nichts. Dann machen wir erst einmal einen kurzen Prozess mit den ihrer Ding hier. Mit den ihrer mechanisierten Einheit. Dann kann ich mich aber hinterher nicht mehr bewegen. So, Territorium um die feindliche Basis wieder einnehmen. Ja, lustig. Dann bauen wir gleich anschließende Dinge. Schauen wir mal, ne? Erstmal brauchen wir wieder Infanterie, um alles einzunehmen. Darüber am besten gleich. Ihr macht gleich mal eine Brand Machine Gun hier. 280 Manpower sogar nur das Ding. Jetzt natürlich noch wieder die Cargo holende. Mach dir gleich mal Ding. Ja, dann bringen wir gleich mal wieder der erste Steward in Ding. Oh, weg da. Oh, damn it. Fight, Kinder. Biggie, Dad. Captain. Quiet, Dad, and listen up. We'll risk it for a biscuit, won't we? Round we. Alright, pop your head out. Get him done. That's enough. Enemy territory will be ours. What a beauty. Max Reyes. Da noch her. Royal Engineers, yeah? Weiß jetzt nicht, wo ich mit euch hin soll. Nochmal ein Steward. Also der Steward-Flash mit den Briten ist schon brutal. Vor allem, wenn ich da noch die Ding... Da höre ich irgendwo ein Ding. Irgendein Kettenfahrzeug. Ja. Steward, den kann ich die Studie holen, das ist nur ein Ding. Steward, Lightstack. Tracked and ready. So, hold es da. Hold es da. Hold es da. Und dann in Deckung. Wieder erst wieder zurück. Ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus momentan. Ihr müsst euch erst mal wieder heilen, da. Könnt ihr jetzt noch einen Mörser? Steward, Lightstack. Tracked and ready. Drei vehicle. Ego to go. Wir moving out, Charles. Attention. Make a big boy, boys. Schwerter, die Dive. Do as you would trade. Es ist da wieder ahí. We're going to die Müllung. We're going to die Müllung, boys. Move, you little fire girls. Fuel, gut, I'm ready. Combat patrol, boys. ich würde es gerne noch warten habe ich denn ja wohl kommen ich war noch die drei treibstoff dann kann ich mir gleich den valentine infantry tank der kann natürlich auch noch ein ding hole hinterher bringe dann nehmen wir hier ein da nicht hier der film und gültige platzierung warum jetzt da war Oh ja wohl treffer repariert ist die ort genau wo was okay das waren das waren die da wo aus irgendeinem grund wieder vorgelaufen sind wahrscheinlich habe ich noch ein falsches kommando gegeben das flugabwehrgeschütze schau da kommt noch mal ein ding das war jetzt irgendwie wieder einfach also die durch die erste 75 prozent der map ist ja gerade so durchgelaufen ohne gegen ohne gegner kontakt gewonnen jetzt darf ich allerdings mit denen mit dahin ziehen die haben jetzt fünf da noch den kaufen die können wir später ja die brauche ich eigentlich nicht mal wirklich gell also eigentlich die stewards und dann noch den infantry tank effektiv gegen infanterie und leichte fahrzeuge schwerer panzer mit zwei pfünder hauptgeschütz kann beträchtlichen schaden aushalten jagdpanzer mit 17 pfünder kanonen das finde ich aber auch hart der hat nur zwei pfünder und da kommt der m4 a1 ich meine gut wenn ich der m4 a1 nachher habe dann ja die das eigentlich nicht so dringend jagdpanzer ist mit starren geschütz ist hier eh nicht so dinge ich meine die stucs sind da ein bisschen was anderes sind sie noch billiger tapferkeit infanterie ist 20 prozent schwerer zu treffen wenn sie sich in feindlichem gebiet befindet kampferprobt da haben wir ja schon das ding panzerkommandant wellenheim steigern die leistung von fahrzeugen im umfeld schaltet fahrzeug markieren frei machen wir erstmal tapferkeit so so der kann nicht so weit fahren den stellen wir hier hin so dann können wir hier angreifen nächste runde und zwei seiten auf potenza dann haben wir mal das ziel wenigstens warum kann ich jetzt mit euch ein ding marsch habe ich jetzt was verpasst wieso kann ich jetzt mit euch nicht ziehen marschiert nicht ja aber wenn ihr doch marschiert warum marschiert ihr da nicht ich habe doch jetzt gerade auf marschieren geklickt aber ist doch wieder da oder oder hatte gegner jetzt irgendeine fähigkeit auf die truppe angewendet dass die sich nicht bewegen können normale bewegung normale deckung sichere route ja aber ich habe doch gerade jetzt auf marschieren geklickt warum marschieren die neller ja kann einmal hier neapel reparieren wenn wir schon gerade bei sind und dann einmal vorrücken auf ding hier gell villa literno da könnte man jetzt eigentlich noch angreifen dann nächste runde ja gut wenn die sich halt aus irgendeinem grund nicht bewegen wollen ich kann mir den grad nicht ziehen die haben ah dann muss ich erst runde beenden aber ich hä die haben doch die haben doch jetzt noch gar nicht gezogen ich habe doch erst mit mit der andere artillerie hier jetzt nicht angegriffen da blicke ich gerade nicht so ganz na gut runde beenden ist jetzt halt so so ich glaube die haben auf meine artillerie da oben geschossen da geht's landungsboot so ja hallo warum kann ich jetzt da nicht sichern sie feindliche vorratslager so wartet darauf dass wieder eine geheime mission losgeht geht's dir aber gar nicht komisch ok dann würde ich sagen nehmen wir einmal unsere marschieren fähigkeit und hauen erst einmal wieder hier ab also mit marschieren kann ich ja da gar nichts ausrichten so so Villa Li Terno würde ich sagen komm gehen wir da drauf oder gehen wir erst auf Potenza würde ich sagen ja dann aber mit der Panzertruppe die Stadt der Macht vertreiben sie die deutschen Freifahrer oh das ist wieder ein Ding das ist äh Aufteilung nach wieder ein äh special äh Ding oder Ah doch das war die wo sie die gepanzerte Einheit genau Belohnung britische Unterstützungskompanie ah ok gut ja dann hauen wir mal rein das ist okay man okay man don't let up they're retreating lies fall back and regroup Kommandolaster, verbessert die Sicht, stärkt Feuerrate von der Infanterie im Umfeld, schaltet Signalladung frei. Oh ne, der macht dasselbe wie Ding. Der macht dasselbe wie der Kommandolaster vom Afrika Korps. Kaffee 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 Treffer, nochmal Treffer, so, roll mal die erste Mine. Und nochmal, jawohl. Bin dabei, ich probier's gerade. Ja, die mit dem Flammenwerfer hauen jetzt natürlich ab. Ja. 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 Stimmt, eigentlich könnte ich jetzt ja wieder die Ding nehmen, die Fähigkeit vom, was ist mit euch, hinterher, 9 von wo, 1 Nehmer, 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 1 Neh Sie werden zu sein. Ein bisschen beschäftigt, aber ich werde sehen, was wir können. Ich habe alles, aber ich habe ein Heading. Just... ein... ...schuss! Schöne dir das Gänse in der Front! Er ist tot! Alright, Mann! Inkommen, Morders! In meine Ordnung! Enemy Point! Neutralize! Wiener! 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 Oh, da hinten ist ein Mörser. So, ihr da nehmt gleich mal den Mörser da mit. Das da können wir noch nehmen. Eigentlich sehe ich jetzt das hier. Das ist der Ding. Das, das, das. Kann ich noch? Da ist noch irgendwo die Munition. 30 Treibstoff, jawohl. Nochmal Treibstoff. Hier erstmal zurückziehen, hier erstmal zurückziehen. Was ist mit euch? Okay, die haben sich auch festgepackt. Der Sniper kann das nicht mitnehmen, das ist ja wieder herrlich. So, dann. Geht ihr da hin? Also die Wegfindungs-KI, die braucht noch ein bisschen Feinschliff. Ich sag's ganz ehrlich. So, da ist ein Scharfschütze, genau. Mal gucken, ob wir das so gekleert kriegen. 4x4 ist bereit zu rollen. Da ist nochmal ein Ding. Komm, Entdeckung bitte. Okay. Komm, hier. Ja. Okay, das war mein Kommando. Laster, warum auch immer. Nehmen wir die Panzerabwehrwaffe noch mit. Okay. Ich finde es halt immer noch schade, dass ich da jetzt nicht angezeigt kriege, was die dabei haben. Komm, Granate rein. Komm, Granate rein. Wir sind zwei, Sir. Schau auf der Seite. Wir wollen nicht misshärten. Auf der Weg, Sir. Sperr freischalten. Sperr freischalten. Jetzt haben wir da nur noch Panzerabwehrtruppe. Können wir nochmal hier. Komm, schieß doch mal mit jetzt. Was ist da? Ja, geh mal rein da jetzt. Ja, geh mal rein da jetzt. Das Problem ist, wenn ich jetzt wahrscheinlich von da angreife, werden die anderen jetzt auch gleich gepinnt. Ja. Ja. Okay. Das war's eh schon. Ja. Ja, ein Glück habe ich jetzt, ein Glück habe ich jetzt gerade meinen Besucher-Squad hier. Ja, ich schaue nach. Ja, wir sind jetzt auf der Weg. Ja, gehen wir auf. Ja, wir sind gut. Ja, ich schaff' nach. Ja, wir schon auf. Ja, ich schaffe' nach. Ja, wir sind auf. Wir haben die Tools. nur, ist mir klar, ja. So, haben wir den Scharfschütze? Ja. Okay, also geht. Mal aber blöd, weil wir haben... So, ihr da. Lauf, 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 lauf. Die machen das schon. Wir können zurückziehen, ihr könnt zurückziehen. Dann kann ich gleich der erste Hellcat... So, ihr könnt euch erst mal, ja, akklimatisieren hier, zack, zack, zack. Hab ich, ich hab Speer hier, genau. Hauptmann habe ich auch noch, perfekt. Angriffspioniert, das brauche ich hier erst mal nicht. Schleichaufklärung, Sanitätspack. Aber erst mal Schleichaufklärung. So. Tank Destroyer, erst mal Ding. Und dann, ihr beide fahrt dann wieder zusammen. So, da ist ein... Wie, da ist einiges los. Das ist einiges los. So, ihr geht da rein. So. So, ihr geht da rein. Uh, verdammt. So, ihr geht da rein. Ja. Ihr zurück, ihr zurück! Na wobei, lass mal, ich kann nicht nachher die Dinge mehr auffüllen. Ich glaube, hier ist der Scharfschütze, oder? Ja. Ja. Okay. 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 So, schleichen wir uns mal hier rüber. so ihr könnt mal das da noch mitnehmen genau Spähtrupp kriegt noch das Ding so und dann schießen wir hier noch wieder ein Ding auf zerstören sie die Artillerie, eliminieren sie 2 von 3 Sniper der ist ich doch wieder, wer schießt da da so auf geht's ich habe gemerkt er hat hier so ein kleines plus wenn er zwei waffen trägt eine panzergranate drauf das war es schon da panzerabwehr nochmal panzerabwehr jawohl das war das die ziehen sich nur mit dem ding zurück so sperr 40 sekunden noch die 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 so dann gehen wir erst einmal die artillerie an so einmal sehen wo sind wir wo ist meine leuchtgranate ich hallo ich will was sehen wieder verpackt ich finde es schön dass die panzer einfach direkt die treppen hochfahren verdammt kann den turm mit stürmen ok ich hätte ich auch noch mit einer und gleich mal darauf schießen wir zum hauptquartier zurückziehen bitte ihr könnt noch da bleiben ihr seid auch nur noch zwei leute jetzt wird es aber hier was kommt jetzt da wieder alles auf lammpanzer so jetzt sehen wir wieder was pantherpanzer der rennt natürlich durch der schwelle die brauchen wir noch ein paar reparatur dinge darauf dass die schwelle die dinge kaputt machen ich glaube da ist keiner mehr drin soll man hier hinten mal unser glück probieren erste mal hier auf jeden fall reparieren 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 dann so So, ja, gut. Da drauf. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier noch Erfolg haben beim Einnehmen. Okay, Panther ist immer noch da, in gedeckter Stellung, der wird sogar repariert. So, hier ist gar nichts los irgendwie. Irgendwo hier in den Wegen war noch ein Scharfschütze meine ich in deiner Häuser. Hier werden noch Dinger, aber brauchen wir gar nicht. Oder? So, dann. Da, Scharfschütze. Da ist sogar noch ein Panzer. Ah, auf den Panzer. We got those snipers for you, Giorgio. Maybe you can repay the favor one day. Indeed I will, my friend. Thank you. Sticky Bomb, go! We lost it! Sticky Bomb. Nochmal Sticky Bomb. Hallo, geh doch mal. Okay, da ist, da sind die irgendwie auch gebackt, die kommen da nicht raus. Ich blick's netter. Machen wir noch einmal hier Barrage drauf. Ah, der ist sogar weg. Oder ist das jetzt nur der Ding? Ich wollte jetzt gerade sagen, die Deckung vom Panther ist weg, aber ich glaube ich habe nicht den Panther erwischt, ich habe nur seine Deckung drumherum erwischt. Ja, der Panda ist noch da. Ja. Ja. So, ja. Komm. Jawohl. Jawohl. So, Sniper. Kann ich noch, ich könnte noch mal wieder einen Tenant hier holen. Ja, die Folge kriegt ein bisschen Überlänge, ich sehe es komme. Ja. Ja, erstmal hier reparieren. Wo, wo, wo? Wir sind direkt bei uns. Wir sind hier drüber, oder? Also ich sehe jetzt momentan keine Ding. Wir werden einfach straight rein, weißt. Ja, natürlich. Ah, und ich habe da wieder ein Ding. Komm. Ja. Das war ein Sniper. Er ist tot. Kontakt. German Infatrie. All right, man. Stand line. Close it in the door. Shut up. Freach. We'll skip those ashes. The orders, sir. Hey, Tiptoe. Listen up. We got orders. We got clouds in the goddamn rise. Warte, ich hab mir den alle da. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ah ok, das wars schon. Warten wir noch kurz den M4 ab, haben wir unsere hier reparieren, hier reparieren, hier reparieren. Vor allem sind das jetzt Angriffspioniere. Kann ich hier hoch schießen? Kann ich, ja. Die sehen mich nicht mal, zack. Ihr könnt doch bestimmt, ja ihr fahrt jetzt auf dem Schwerm mit. Jawohl, Treffer. So, wenn wir den hier jetzt gleich fertig repariert haben. So, kann ich hier noch? Jawohl, ja. So, hier reparieren wir noch. Na, wir gehen doch lieber von einer Seite dran, ne? So, hier noch reparieren. So. So. Dann. Auf alle, auf alles schießen, was kommt. Yo. Hahaha. Da drauf, komm. So, alles in Deckung hier. Oft ist dein Rückzug. Alter. Haben wir alle? Ich glaube, jetzt haben wir da alle. Jetzt haben wir alle, oder? Dann würde ich mal sagen, das war's. Da dürften jetzt auf der ganzen Map keine Feinde mehr sein. Erobern und räumen sie den Turm. Kann ich sagen, nein. Naja, Hammer da oben MG drauf. Vertreiben Sie die deutschen Kräfte aus Potenza. Okay. 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 Okay.